heute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind heute mal wieder unterwegs auf den home trails die offseason hat er angebrochen und das video dreht sich heute um die herausforderungen der offseason also seid auf jeden fall gespannt vielleicht habt ihr die eine oder andere herausforderung auch und ich habe vielleicht ein tipp eine lösung vielleicht auch keine vielleicht kommentiert ihr das auch in den kommentaren und wir diskutieren das gemeinsam viel spaß beim video herausforderung nummer eins ist definitiv das schlechtere wetter denn es ist einfach einfacher bei schönem wetter rauszugehen und zu biken wobei ich sagen muss mit dem e bike ist mir das schon nicht mehr so das große problem denn dann ist der apple auch nicht so schlimm und man ist auch nicht so lange im nassen und auf den abfahrten bin ich ehrlich macht mir das eigentlich nicht ganz so viel aus und eigentlich ziemlich passend zur kalten jahreszeit und um euch das apple gejammer zu ersparen weil das ja auch bei schlechtem wetter beim e bike anstrengend ist gibt es erstmal den sponsor des heutigen videos danke an den sponsor des heutigen videos ihr kennt den sponsor schon denn er ist jetzt schon öfter mal aufgetaucht und ich bin super dankbar dass wir jetzt langfristig ein bisschen kooperieren athletic greens ag1 ihr kennt das ganze ja schon und besonders jetzt für die kalte jahreszeit kommt mir das ziemlich gelegen von den 75 inhaltsstoffen wie vitamine mineralstoffe und so weiter ist besonders kupfer folat selen zink und die vitamine a b12 b6 und c super um das immunsystem zu stärken und deswegen bin ich super happy jetzt neuen vorrat zu haben mit dem ich easy über den winter komme athletic greens ist im abo modell erhältlich es wird sozusagen monatlich zu euch nach hause geliefert den lieferrhythmus kann man selbst bestimmen und anpassen und das abo kann auch jederzeit pausiert oder gestoppt werden ag1 ist mein vitamin kicker morgen es enthält viele nährstoffe die uns kraft von innen geben und das finde ich eine super sache wenn auch du bock hast das ganze mal zu testen und es gibt sogar eine geld zurück garantie dann nutzt doch den link in der video beschreibung und dann bekommst du noch ein travel pack und obendrauf sogar ein jahres vorrat vitamin d3 plus k2 das heißt wenn du bock hast das ganze mal zu testen nur zu check den link in der video beschreibung aber der hat hier gekehrt das natürlich luks an dem heutigen tag durften wir tatsächlich auch den ja den pfleger oder den wie nennt man das dem bilder des der trades hier kennenlernen den haben wir zufällig auf den trails getroffen und wir sind einfach ein bisschen ins gespräch gekommen und haben uns bedankt für die geile arbeit und vielleicht kommen wir auch mal irgendwie zusammen mal zum fahren oder bauen mal irgendwo gemeinsam trail wir werden sehen auf jeden fall sind wir zur ersten abfahrt gegangen und es war naja wie sich halt ebenso die erste abfahrt anfühlt so 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 die erste challenge die man hat beim offseason winter fahren hier ist schon mal die klamotten wahl denn man weiß nicht genau soll ich mich jetzt warm kalt anziehen und so weiter da gibt es ja diese faustregel beim anfahren also losfahren soll es ein bisschen frisch sein und dann ist perfekt auf dem trail und was wir heute schon mal falsch gemacht haben keine wechselklamotten mitgenommen ihr seht hier das ist schon dreckig kamer rucksack auch schon voll versaut aber wir lernen und wachsen natürlich jetzt in die offseason rein und fahren jetzt noch mal hoch haben ein paar leute sogar die trails freigefegt mega geil ja auf geht's problem nummer zwei nasse wurzeln die mich schenkt sich den oberen teil hier weil einfach unter dem lauf hier von wegen quiet alter unter dem lauf hier nix sieht man sieht nix ne challenge nummer drei ist wie schon erwähnt nasse wurzeln und nasse wurzeln sind halt so eine sache ihr wisst ja bescheid viele haben angst davor und vielen gefällt das nicht so gut und ich muss sagen ja mir gefällt das tatsächlich auch nicht so gut aber ich sage nur eins leute desto weniger zeit die auf den nassen wurzeln verbringt desto besser deswegen fährt man einfach möglichst zügig darüber und dann funktioniert das auch natürlich wenn man die nicht gerade komplett schräg erwischt von wegen quiet die bremsbeläge junge oh oh püte hop 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 Oh Ich finde allerdings abgesehen davon, dass die Parks halt zu sind und wir uns halt wieder auf Trades bewegen müssen Ja, ist das alles gar nicht so schlimm. Das schlimmste ist tatsächlich daran, dass wir uns auf Trades bewegen müssen Dass es einfach nicht so viele legale Trades gibt und dass wir halt da immer mal wieder Struggle haben und immer wieder Rücksicht nehmen müssen Und der ein oder andere hat schon ein Video darüber gemacht, wie man sich am besten verhalten sollte Zum Beispiel beim Thomas, schaut mal auf dem Kanal vorbei, er hat ein Video gemacht über die Trail Rules, gegenseitige Rücksichtsnahme im Wald und so weiter Nehmt euch das zu Herzen Leute und versucht einfach mit allen gut klar zu kommen, die ihr im Wald trefft Ich grüße immer alle überfreundlich und habe auch eigentlich noch nie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht Und ja, ich denke, wenn man so miteinander umgeht, ist das alles auch halb so wild Ich denke, wir sehen uns hier nochmal um euch damit zu machen Fotografierst du, was machst du denn dann die ganze Zeit? Nix. Ich halte das nur fest, als kleines Tutorial für die Zuschauer. Wenn man Instagram Fotos macht, dann sehen sie, wie man Influencer wird. Ja, man stellt sich so neben dem Fahrrad, dann guckt man so, möglichst natürlich. Und ich mache ein Foto. Okay, und wie sieht das jetzt aus? Natürlich sieht es perfekt aus. Mhm. Lösungsorientierte Videos machen. So Leute, nochmal eine neue Abmoderation. Ich dachte, die Michi könnte das heute mal übernehmen, aber er hat das einfach noch nicht raus. Ja, also für mich auf jeden Fall die Themen, die wir angesprochen haben, wie nasse Wurzeln. Was haben wir noch gesagt? Scheiße, was war denn das allererste, was wir gesagt haben? Für aufstehen? Oh, wir fahren hier gegen die Einbahnstraße. Ja, das ist jetzt aber aufstehen, ne? Ne, der allererste Punkt. Klamotten. Ja. So. Die Sachen, die wir angesprochen haben, Klamotten, frühs aufstehen, dreckiges Bike. Motivation, um rauszugehen. Also da hilft mir einfach extrem, ein E-Bike zu haben. Bin ich ganz ehrlich, finde. Es ist viel, ja, der Widerstand loszufahren. Auch wenn die Parks zu haben, ist mit dem E-Bike einfach viel viel geringer. Und seitdem ich das E-Bike habe, bin ich auch, ja, viel mehr unterwegs, ne? Ich schaffe viel mehr Abfahrten. Auch so ein Spot wie jetzt hier so Trails, ne? Das ist halt einfach mit dem E-Bike viel entspannter. Und da ist dieses Thema zum Beispiel mit der Zeit, wenn man einfach nur noch ein, zwei Stunden Sonnenlicht hat, ja, einfach nicht mehr so ein großes Thema. Dazu finde ich sowas wie nasse Wurzeln, nasse Trails, ich finde das mittlerweile eigentlich sogar, ja, interessant, so darauf halt fahren zu lernen. Und so als kleine Herausforderung sehe ich das sozusagen. Was eine andere Sache ist, ist danach, wenn die Klamotten nass und dreckig sind, ne, das Auto ist versaut und dies und das. Ich weiß, dass ich eigentlich ja schon lange auf der Suche nach einem neuen Auto bin, aber ist gerade finanziell nicht drin. Und deswegen bleibt der jetzt erstmal, musst du den jetzt auch frisch durch den TÜV bringen und so ein Kram. Jo, also da gibt es auf jeden Fall eigentlich für jedes Anti-Argument oder für jede Herausforderung in der Off-Season gibt es auch eine Lösung. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lösungen da so sind. Und für mich ist auf jeden Fall keine Option jetzt irgendwie ein halbes Jahr kein Fahrrad zu fahren und dann die neue Saison zu starten und einfach ja total, ja, aus dem Balken raus zu sein, ne? Und ja, also ich persönlich, ich bin auch so drauf, wenn ich irgendwie eine Woche oder zwei nicht gefahren bin, dann fehlt mir das auch einfach zu sehr, ne? Dann fehlt mir das draußen zu sein, auf dem Bike zu sein und ja, deswegen ist egal, einfach warm anziehen. Wenn Dirtly das hier sieht oder irgendeine andere Firma, die uns ein Dirt-Suit irgendwie sponsern will, weil die Dinger sind ja sau teuer, nur her damit. Das wäre mega. Und jo. Leider hat unser Mikro wieder Faxen gemacht, deswegen jetzt hier per Overvoice einmal. Für mich ist es auf jeden Fall keine Alternative, einfach in der Off-Season nicht zu fahren. Denn ich bekomme schon nach wenigen Tagen schlechte Laune, wenn ich nicht auf dem Bike stehe und fühle mich einfach nicht mehr so gut. Und deswegen gibt es für mich keine Alternative, als einfach rauszugehen, zu fahren und Spaß zu haben und mit den Sachen zu arbeiten, die wir nun mal haben. Auch wenn das schlechtes Wetter, matschige Trails und die eine oder andere nasse Wurzelherausforderung bedeutet. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mal in die Kommentare. So Leute, weil das Mikro wieder verkackt war und wieder Störgeräusche drin waren, muss ich euch jetzt nochmal chill sagen, das hat nicht funktioniert. Ja und, ach übrigens, Drohne auch im Arsch, Mikro langsam kaputt, Kamera langsam kaputt. Also irgendwie, ja, müssen wir bald in neues Equipment investieren, weil sonst wird das hier nicht mehr lange alles funktionieren auf dem Kanal. Ja, ich weiß nicht genau, wo die Störgeräusche reinkamen und so weiter und so fort. Deswegen abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Jede Woche zwei neue Videos und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao, ciao.